Herzlich Willkommen bei der Firma Torwege. Mein Name ist Nikolas Nimmick. Ich möchte Ihnen heute unsere neue Gehäuseserie HBA vorstellen. HBA steht für Heavy Bowl Bearing und das A ist die Variante A. Wir haben also jetzt hier eine verbesserte Gehäuseserie. Also die Gehäuse sind mit 4 x 90 Grad Richtungsfeststeller versehen. Diesen Richtungsfeststellerhebel, der wird mit dem Gehäuse zusammen angeschraubt und hat einfach eine Rastfunktion. Wenn der dann also an der Stelle ist, dann rastet der Hebel ein und die Lenkgabel wird zu einer Bockgabel und kann also nicht mehr nach links oder nach rechts schwenken. Die Gehäusegrößen sind zurzeit 150, 200 und 250. Also die drei Varianten haben wir, die im Standard immer mit dieser Richtungsfeststellung ausgestattet sind. Die gibt es auch mit Doppelstopp im Vorlauf und es gibt sie auch als Bockgehäuse. Wir können hier in den Gehäusen, die Schwerlasträder verbauen, also Polyurethan auf Aludruckus oder eben hier wie jetzt in diesem Beispiel. Dann haben wir natürlich auch unsere Polyamid Schwerlasträder, die in diesem Gehäuse verbaut werden können. Die Traglasten sind beim 200er Durchmesser 1,3 Tonnen und beim 250er Durchmesser hat das Gehäuse 1500 Kilo Traglast. Aufgebaut sind die mit einem Rillenkugellager und einem Axialkegelrollenlager, was dann besonders stabil ist gegen Stöße und Schläge und auch gegen seitlichen Druck. Also dafür sind diese Gehäuse ideal. Man kann da sogar den Stapler mit vorsetzen, wenn die Traglast so hoch ist, dass die Mitarbeiter das nicht selber transportieren können. Dann kann man dann eben auch Maschinen nehmen, also Stapler oder sonstige Antriebe, das können die Gehäuse ab, weil die sehr, sehr, sehr robust sind.